und damit herzlich willkommen zu einer neuen runde rocket league ja wie ihr seht das hat sich bei mir etwas getan was könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben wir spielen einfach mal ein zwei runden rocket league heute spontan wie gedacht nehmen wir mal so eine runde rocket league auf es gibt auch zurzeit leider kein modus den ich euch vorstellen kann deswegen müssen wir uns jetzt am ende der season einfach mal damit beglücken was anwesend da konnte ich nichts machen der 1 c ja und der name des klubs von diesem der 1 c pro ist natürlich auch eigentlich nicht so der beste tja ja okay ja 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 abon ja ja In dem Sinn, danke für die Tore. Okay, ich versuche das Beste noch daraus zu machen, ich kriege hier keinen Spieler mehr. Okay, ich kriege keinen Spieler, das ist natürlich jetzt das größte Wettbewerb. Den Spieler melde ich da jetzt und wenn mich einer fragt warum, lasst mal das G weg, dann wisst ihr es. Oder spreche das G einfach mal mit aus. Juan, ah ja, Juan, also Juan, kann man falsch verstehen. Ah, ja, der ist deutsch. Dann, äh... Dann, äh... Geh, geh... Das war's. 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 So, Attacke jetzt aber. Das war's. 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 Ja, 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 ja. Oh. 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 Jawohl, Vorlage, schön. Dankeschön. Ja, total easy. Dann sagen sie nichts mehr. Hm. Hm. Oh. 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 Das ist ein Gott. sehr wohl wo der torschuss von mir eigentlich hätte auch reingehen dürfen ja 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 Wow, guter Schuss und total zerstört Weil jetzt haben wir drei Tore hintereinander gemacht Fast Ah, Mist Jawohl Wow, Baby, ich mach dir Vorlagen in den Augen Zwei Vorlagen, eine Parade und zwei Schüsse Fast Fast ARD Text im Auftrag von Funk Er hat mich den Ball reinmachen lassen, deswegen ein dickes Danke, damit ich auch mal ein Tor habe. Oh, das ist ein Schmerz. das war ein geiles tor ja er hat den noch mal hochgedrückt wer nicht gesprungen hätte ich ihn glaube ich knapp eingesetzt aber alles gut alles easy 6 zu 2 was und 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 Hmmm. Ja, boi! Ja, boi! Der 690 und der 755, die andere mir nicht mal antworten, okay der eine nicht mal antworten, ja wohl! da will man eigentlich jetzt noch ein tor machen aber ich bin lieber band macht ja weil zum schluss noch eine zerstörung ja das ist super das war geil ja 9 mm gang 9 mm gang wahrscheinlich haben die 9 mm inwuchs das habe ich jetzt so laut gesagt mit wem habe ich gerade gespült egal jawohl und schon machen wir das nöste schon geht ja gut los mit vorlage und verschuss easy easy gut 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 Es ist ganz leid, dass es der wieder ist, dann sind die Soda so kaputt. Ich habe nur noch den Pass mitgegeben, das ist super. Und LandaPro19 hat direkt verlassen. Oh, und Rams hat gesehen. 2-0, äh 3-0 sogar in wenigen Minuten. Okay, komm. Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's. und gehalten und torschuss aber nicht so so Okay. Was ist das? ja er hat mich fünfmal in eine richtung verbrannt alter wer hat mich angerufen die private Das war's. Nö! Jooo, ihr Lieben! Ja, 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 ja! Belohnung braucht man nicht! Jooo, dann verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal, ne, euer Simo Checker und wie gesagt, wenn ihr Rocket League habt und gerne auch mal mit im Livestream mitmachen würdet, gerne mitmachen würdet, dann schneid doch einfach vorbei und macht, fragt einfach nach und wenn, dürft ihr beim nächsten Mal mitmachen. Bis dann, ciao, ciao!